Hallo ihr Lieben, heute habe ich so French Toast Röllchen mit einer Kinderschokoladenfüllung für euch. Die sind so lecker. Mein Gott, die machen richtig süchtig. Also übertreibt es nicht beim Essen. Los geht's mit den Zutaten und der Zubereitung. Die Mengenangaben findet ihr unten in der Infobox. Zunächst brauchen wir Eier und Milch. Beide Zutaten werden jetzt einfach miteinander verquirlt. Dann brauchen wir natürlich Toastbrot und hier schneide ich die Ränder erstmal ab. Wir brauchen jetzt ein Nudelholz oder irgendeinen Ausrollstab und damit rollen wir das Toastbrot jetzt richtig platt aus. Jetzt brauchen wir die Kinderriegel. Die habe ich mir längst halbiert. Ihr könnt auch alles andere außer Kinderriegeln verwenden. Ist völlig egal. Und die Kinderriegel kommen dann einfach auf das Toastbrot und das Toastbrot wird eingerollt. Danach werden die Röllchen in der Eimilchmischung einmal so gewälzt. In einer Pfanne wird etwas Butter zerlassen und dann kommen die Toaströllchen darauf und werden von allen Seiten goldbraun gebacken oder gebraten. Ihr wisst Bescheid. Nun brauchen wir Zucker. Ihr könnt auch ein bisschen Zimt noch hineingeben. Ich habe darauf verzichtet und die Röllchen werden jetzt noch im warmen Zustand darin gewälzt. Zum Schluss habe ich über die French Toaströllchen noch etwas Nutella gespritzt und fertig waren sie auch schon. Natürlich schmecken die warm am besten. Eigentlich wollte ich noch präsentieren, wie lecker sie von innen aussehen, aber die Kinderschokolade war wirklich zu arg flüssig. Ja, ist einfach alles rausgelaufen. Aber, ne, tut ja nichts zur Sache. So ihr Lieben, probiert das Rezept gerne mal aus. Schickt mir eure Fotos mit dem Hashtag CookBakery. Viel Spaß beim Nachbacken und hoffentlich bis zu meinem nächsten Video. Tschüss.